Nachdenkseiten Die kritische Website Der NDR Rundfunkrat macht's vor. Noch schlimmer geht immer. Karen Miosga wird die neue Anne Will. Von Friedhelm Klingkammer und Volker Bräutigam. Es ist passiert. Karen Miosga, bisher Tagesthemen-Moderatorin, wird Anne Wills Nachfolgerin und übernimmt vom nächsten Jahr an deren Sendeplatz sonntags um 21.45 Uhr. So beschlossen und verkündet von der NDR Rundfunkratsvorsitzenden Sandra Goldschmidt. Der Vertrag über 60 Folgen der Sendungen in den kommenden beiden Jahren, Arbeitstitel Miosga, ist unter Dach und Fach. Zugleich mit dieser Personalie teilte der NDR Rundfunkrat mit, dass er zwei weitere Programmbeschwerden gegen Sendungen der Tagesschau abgelehnt habe, von deren Inhalt das Publikum natürlich nichts erfährt. Wie eh und je. Transparenz ist nicht. Wo kämen wir sonst hin mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Welchen Millionenbetrag der NDR Rundfunkrat für das sonntagabendliche Gelaber samt transatlantischer Einstimmung auf den erwünschten Krieg diesmal zum Fenster hinaus und der Moderatorin Miosga hinterherwirft, wird natürlich ebenfalls nicht mitgeteilt. Für Anne Will waren es mindestens 2.400 Euro pro Sendeminute. Günter Jauchs unverschämte 4.487 Euro Bruttohonorar pro Sendeminute erzielte sie damit nicht, aber ist noch dicke genug. Miosga wird mit Anne Will vergleichbares abgreifen. Es ist dicke genug. Mehr dazu am Schluss des Artikels. Was Miosga den Rundfunkbeitragszahler sonst noch kostet, weiß man hingegen genau. Wertvolle Lebenszeit, die er wesentlich sinnvoller verbringen könnte, ohne den Zaungast beim albernen Polit-Talk zu spielen. Der NDR Rundfunkrat sieht das natürlich vollkommen anders. Seine Vorsitzende Sandra Goldschmidt umgrenzte die Entscheidung für Miosga mit Lob und Selbstlob. Zitat Nach 16 erfolgreichen Jahren der Sendung Anne Will soll der Sonntagsplatz mit einer neuen Moderatorin und einem überarbeiteten Konzept in die Zukunft gehen. Der NDR hat mit Karin Miosga eine erfahrene und versierte Journalistin für diese Aufgabe gewonnen. Frau Miosga verfügt über eine große Popularität, hohe Sympathiewerte und ist bekannt für ihre ebenso charmant wie hartnäckig geführten Interviews in den Tagesthemen. Zitat Ende Von hartnäckig geführten Interviews scheint der Rundfunkrat eine recht eigenwillige Vorstellung zu haben, wenn ihm dabei ausgerechnet Miosga einfällt. Näheres wollen wir nicht wissen. Wie das überarbeitete Konzept konkret aussieht, mit dem die Sendung in die Zukunft gehen soll, hätte uns dagegen schon aus professioneller Wissbegierde interessiert. Das aber verschweigt die NDR-Aufseherin Goldschmidt von wegen Transparenz wie eh und je. Miosga soll es wuppen. Im Land der Dichter und Denker brauchen wir halt wie schillerselig unsere faulen Äpfel in der Schublade, sonst kriegen wir den genialen Durchblick nicht. Heißt heutzutage mit Karin Miosga mehr Qualitätsjournalismus wagen. Flach bildschirmgerecht versteht sich wie eh und je. Moderierte Nachrichtensendungen und als deren Verlängerung auch die politischen Talkshows sind ein nach Deutschland geschwappter US-typischer Mix aus seriösem TV-Journalismus und Showbusiness von den Akteuren oft mit eigenen Politambitionen verbunden. Nach unserer zugegeben sehr beschränkten Kenntnis dürfen Sarah Perlin und Tucker Carlson als prägende Beispiele genannt werden. Genre-Vertreter wie sie haben nicht die geringsten Hemmungen in jeder denkbaren Weise abzusahnen. Dieser kulturelle Segen aus USA hatte seinen entsprechenden Einfluss auf unsere deutschen Mattscheibengrößen. Talk, selbstdarstellerisches Geschwafel statt informativer Gedankenaustausch. Wie ihre US-Kollegen sind auch viele deutsche TV-Moderatoren Millionäre, mehr Unternehmer als Journalisten, Jahrmarktgrößen mit Kultstatus. Manche pflegen enge Beziehungen zum US-Lobbyverein Atlantikbrücke. Wie Karen Miosga aus ihrer Rolle eine Talkmasterin macht, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Wie sie ihre Aufgabe als Tagesthemen-Moderatorin erfüllt, durchleiden wir schon seit 16 Jahren insbesondere ihre methodische Vorwegnahme und Interpretation dessen, was in der anschließenden Filmreportage berichtet wird. Bauchlandung nicht ausgeschlossen. Zwei Beispiele sollen der Nachwelt erhalten bleiben. Am 17. November 2017 wechselte Miosga vom Thema Berliner Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition, schwarz-grün-gelb, in steiler Gedankenkurve zum Thema Bonner UN-Klimaschutz. Zitat Das Jamaika überlebt und zwar im buchstäblichen Sinne, darum wird gerade in Bonn auf der Weltklimakonferenz gerungen. Zitat Ende Und Platsch! Die Offenbarung des eigenen Bildungsnotstands. Denn auch die Karibikinsel wird vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Zitat Ende Tja, da war das Tagesthemen-Servierfräulein wohl nicht ganz auf der Höhe. Die Insel Jamaika hat Steilküsten mit bis zu 500 Metern. Sie ist ein größtenteils gebirgiges Fleckchen Erde. Mit einem Blick in den Atlas hätte die ARD aktuell Spitzenmoderatorin erkennen können, dass der Commonwealth-Splitter-Jamaika vom steigenden Meeresspiegel sicher weniger bedroht ist als vom angloamerikanischen Neokolonialismus. Aber da ist der tief ernste Blick unserer Pippi Miosga, mit dem sie die Meeresspiegelbedrohte Welt vorstellt. Und ist die nicht willig, dekretiert Miosga die Lösung. Die Welt will und muss etwas tun, um die Erderwärmung zu begrenzen. Jawohl, jetzt muss sie mal ran, die Welt. Bloß so im Allrum-Eiern bringt's nicht mehr. Wegen Erderwärmung. Wegen Erderwärmung verwenden sprachlich notleidende Journalisten als bedeutungsgleichen Ersatz für Klimaveränderung. Die Erde erwärmt sich schließlich nicht, sondern kühlt in ihrer Gesamtheit ab. Und zwar von außen nach innen. Ihr flüssiger Kern glüht ja immer noch bei ca. 5000 Grad Celsius. Nur die Lufthülle der Erde heizt sich dagegen auf. Klein Erner weiß das natürlich. In der Grundschule wurde sie durchgenommen. Müsste eine erwachsene Wunderlampen-Moderatorin solch Basiswissen nicht draufhaben und sich entsprechend korrekt ausdrücken können? Müsste sie, nicht aber die ARD aktuell Blume Miosga. Mit Zitronen gehandelt Oft und oft haben wir es schon vorgebracht. Sprache ist ein Spiegel des Denkens. Freilich nonverbales, wortloses Denken gibt's auch. Das lassen wir hier mal beiseite. Wir begutachten das unter Moderatoren verbreitete Gegenteil, das Sprechen ohne Denken. Im vorliegenden Fall ohne Unterscheidung von Erde und Atmosphäre. Macht ja nichts, ist eh alles wurscht und Putin muss sowieso weg. Bedauerlich, dass wir auch für den Moderatoren Unfug Rundfunkbeitrag zu zahlen haben, obwohl das Geld laut Gesetz Medienstaatsvertrag nur für Sendungen zur Information, Bildung und Unterhaltung in dieser Reihenfolge verwendet werden soll. Doch Karin Miosga moderiert nun schon seit Mitte 2007. Wäre ein Hartwig von Moyar, während der Tagesthemengründer Dieter Gütt oder sein Stellvertreter Günther Müggenburg zu jener Zeit noch Chefredakteur der ARD aktuell gewesen, dann hätte die Frau den Job nicht lange behalten. Im Februar 2009 hatte sie eine Reportage über das Zitronenfest in Montan anzutexten, wo die biblische Eva die ersten Zitronen gepflanzt haben soll, das jährlich eine Viertelmillion Touristen anzieht. Mit Fasching hat das farbige Ereignis allerdings indirekt etwas zu tun, weil zeitgleich im 30 Kilometer entfernten Nizza der Karneval de Nice stattfindet. Ansonsten wird in Frankreich eher selten Fasching gefeiert. Miosga deutete das Zitronenfest einfach um und schöpfte dazu tieferen Sinn. Zitat Was hat Karneval mit Zitronen zu tun? Ich sage es Ihnen. Dass man als Beginn des Karnevals den 11.11. gewählt hat, geht auf die Theorie zurück, nach der die Anfangsbuchstaben des Mottos der französischen Revolution herhalten mussten. Egalité, Legalité, Fraternité, zusammen ELF. Indem sich die Städte Köln und Mainz über diese Worte lustig machten, rechten sie sich an ihren französischen Besatzern. Zitat Ende. Kann man unterstellen, Miosga habe diesen unmotivierten Schmarrn über das Motto der französischen Revolution spaßig gemeint? Es spricht nichts dafür. Ist anzunehmen, dass jeder der zwei Millionen Tagesthemen-Gucker sofort erkennen konnte, dass sie puren, logikfreien Blödsinn verzapfte? Er nicht. Wenn sich eine Moderatorin wie Miosga den Stoff ihren Aufsager schon von der Internetseite eines Karnevalsvereins holt, sollte sie wenigstens sauber abschreiben können. Zitat. ELF lässt sich aus den Anfangsbuchstaben der französischen Revolution bilden. Egalité, Liberté, Fraternité, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Zitat Ende. Die weltbekannte Losung begann mit dem Wort Liberté. In dieser Reihung ergeben die Anfangsbuchstaben jedoch nur ein sinnloses LEF, nicht das erwünschte ELF. Karnevalisten dürfen sich allerdings jedes Zitat für ihre harmlosen Zwecke zurechtbiegen. Aber der französischen Revolution in den Tagesthemen allen Ernstes ein, obendrein verfälschtes Motto anzudichten, wie in der Miosga-Moderation geschehen, lässt arge Rückschlüsse auf die Autorin und das Niveau der Tagesthemen zu. Ihre Behauptung, das Wort Legalité, Rechtsstaatlichkeit sei Teil des revolutionären Schlachtrufs gewesen, ist ein Armutszeugnis. Die französische Revolution 1789 begann bekanntlich als Hungerrevolte gegen den reichen Adel. Ein Motto hatte sie nicht. Erst 50 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille wurde das anfeuernde Liberté, Égalité, Fraternité zur Leitidee der revolutionären abendländischen Zeitenwende erklärt. Mit Liberté am Anfang, Miosga, ohne Legalité in der Mitte. Auch unter aller Würde. Wenden wir uns auf, dass man uns keinen Antifeminismus unterstelle, dem Moderator Ingo Zamperoni zu, dem Strahlemann von der Atlantikbrücke, solide, transatlantisch abgerichtet im Verlauf seiner beruflichen Aktivitäten in den USA. Am 3. Januar 2019, am Tag, an dem die Volksrepublik China eine Sonde auf der dunklen Seite des Mondes gelandet hatte, brachte er diese Spitzenleistung der Weltraumtechnologie mit folgenden Worten aufs Tagesthementapet. Zitat Dass chinesische Machthaber keine Scheu vor Großprojekten haben, bewiesen sie schon mit dem Bau der chinesischen Mauer. Nun kreisen ihre Allmachtsfantasien um den Mond. Als erste haben die Chinesen nun eine Sonde auf der Mondrückseite gelandet, auf der Seite also, die wir Menschen von der Erde aus nie sehen. Zitat Ende Mag sein, dass Zamperoni mit diesen albernen Sprüchen und Wortspielereien ein US-amerikanisches Durchschnittspublikum beeindruckt hätte, aber ein deutsches? Seine Sätze offenbaren Nonchalance, Arroganz und einen frappierenden Mangel an Nachdenklichkeit und Allgemeinbildung. Die große Mauer mehr als 21.000 Kilometer lang war nämlich gerade nicht das Resultat von Allmachtsfantasien ihrer Auftraggeber. Im Gegenteil, sie war Ausdruck des Schutzbedürfnisses des chinesischen Kaiserreichs, speziell des Kaisers Qin Shiwan. Sie spiegelte die Furcht, das Reich könnte unter anderem von den Mongolen überrannt und seinen Herrscher umgebracht werden. Qin Shiwan hatte bekanntlich auch angeordnet, sein Leben nach dem Tod in einer Grabstätte von tausenden lebensgroßen Terrakotta-Soldaten beschützt zu lassen. Zamperoni Chinesen haben eine Sonde auf der Mondseite gelandet, die wir Menschen nie sehen. Der Chinese im Unterschied zum Menschen, die fragwürdige Formulierung war ihm wohl einfach nur herausgerutscht. Aber das ist der Punkt. Es belegt einen erschütternden Mangel an Gespür und transportiert eine dickfällige Gedankenlosigkeit, für die es keine Entschuldigung gibt. Moderatoren haben ausreichend Zeit, den vom auszufeilen und sie werden dafür auch erstklassig bezahlt. Mindestens 11.000 Euro monatlich für maximal 12 Auftritte vor der Kamera und 120 Schreibmaschinen Zeilen pro Tag. Freilich, solche Zamperoni Schlenker sind nur kleine, aber bezeichnende Offenbarungen im TV-Nachrichten Unwesen der westlichen Wertegemeinschaft. Die kann sich einfach nicht damit abfinden, dass die Volksrepublik China unter Führung der kommunistischen Partei mittlerweile Spitzenpositionen einnimmt, in der Erforschung des Weltraums, in der Grundlagenforschung, in den Schlüsseltechnologien, bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Das wären Stichworte für angemessene Anmoderation zum Thema chinesische Mondsonde. Dünkelhafte Wortspiele rund um den Schmähbegriff Machthaber sind es nicht. Wie es anfing und wo es endet Wozu braucht eine Nachrichtensendung überhaupt Moderatoren? Warum genügt für die Präsentation der Tagesthemen kein herkömmlicher Sprecher? Ursprünglich sollten die Moderatoren, anders als beim reinen Nachrichtenangebot der Tagesschau Hauptausgabe 20 Uhr, den Zuschauern ergänzende Informationen, übergeordnete Zusammenhänge und Hintergrundinformationen bieten. So war ihre Aufgabe einst gedacht. Den Tagesthemen von heute ist das nicht mehr anzumerken. Nachrichtenmoderatoren gibt es im ersten deutschen Fernsehen seit 1978. Die bis dahin übliche Tagesschau Spätausgabe kurz nach 22 Uhr entfiel. Statt ihrer wurden die Tagesthemen eingeführt. Im wöchentlichen Wechsel präsentiert von Barbara Dickmann und Hans-Joachim Friedrichs. Sachlich knapp, atmosphärisch dicht, journalistisch sauber und sprachlich präzise. Ein seriöser, anschaulicher Faktenrahmen, hilfreich zur Einordnung des Weltgeschehens. Die Naheinstellung von beiden Moderatoren beherrschte den Bildschirm. Dickmann und Friedrichs hampelten nicht in einer virtuellen Studiowelt herum. Sie hatten nämlich dem Zuschauer tatsächlich etwas zu sagen. Auch noch nach elf Jahren im deutschen Schicksals November 1989 machten Dickmann und Friedrichs die Tagesthemen zu einem informativen Ereignis. Wie das Beispiel vom 9. November belegt. Vor der Kamera damals Hans-Joachim Friedrichs. Zitat Bundeskanzler Helmut Kohl ist heute Nachmittag um 15 Uhr in Warschau eingetroffen zu einem sechstägigen offiziellen Besuch in Polen. Eine Reise, die eine stürmische, für viele auch ärgerliche Vorbereitungszeit hatte, belastet durch Ungeschicklichkeiten bei der Zusammenstellung des Reiseprogramms, aber auch durch eine scharfe Kontroverse über den Beitrag des Kanzlers zur gemeinsamen deutsch-polnischen Erklärung zum Thema der polnischen Westgrenzen. Es ist zwar durch die Entschließung des Bundestags Klarheit geschaffen worden, gleichwohl hat man die Verkündung der gemeinsamen Erklärung erst einmal verschoben auf den kommenden Dienstag. Aus Warschau berichtet Dirk Ludwig Schaaf. Zitat Ende. Das Zitat zeigt, wie knapp, distanziert, aber adäquat ein qualifizierter Moderator selbst komplizierte Tagesthemen vermitteln konnte. Wenn eine Nachricht so dürftig und schlecht formuliert ist, dass sich ihre Relevanz nicht von selbst ergibt und erst von Moderatoren hergestellt oder erfunden werden muss, dann nähern wir uns zügig dem aktuellen Tagesthemenstandard. Wer dort einige Jahre lang serviert und Publizität gewonnen hat, weil regelmäßig auf dem Bildschirm, der kann auch Dumm Talk moderieren, meinten die begnadeten NDR-Rundfunkräte und machen mit ihrem jüngsten Votum nach Anne Will die nächste Aufsagerin zur Millionärin. Wie alle ARD-Talkshows wird nämlich auch die am Sonntagabend nicht vom öffentlich-rechtlichen Sender kostengünstig selbst produziert, sondern für sündhaft teures Geld an eine private Produktionsgesellschaft vergeben. Derzeit ist das die Will Media GmbH Berlin mit Anne Will als Geschäftsführerin. Das Unternehmen erzielte im Schnitt in den letzten Jahren einen Bilanzüberschuss von 1,7 Millionen Euro. Die Herstellungskosten der Will Media für die Talkshow werden nicht veröffentlicht, sollen aber bereits 2011 sagte 7,85 Millionen Euro betragen haben. Eine Grobschätzung sei gewagt. Wenn der NDR für Günther Jauch seinerzeit pro Jahr 10,5 Millionen Euro hinblätterte, dann sind es jetzt für Anne Will 9 Millionen und für Miosga werden es nicht weniger sein. Wie auch immer, als Eigenproduktion des NDR würde die Talkshow höchstens ein Viertel davon kosten. Talkshows sind nun mal eines der preisgünstigsten Sendeformate, wenn sie keinen privaten Profit abwerfen müssen. Verstehen Sie jetzt, warum ARD und ZDF 8,32 Milliarden Euro Beitragseinnahmen pro Jahr haben und trotzdem den Hals nicht voll kriegen? Anmerkung der Autoren Unsere Beiträge stehen zur freien Verfügung, nicht kommerzielle Zwecke der Veröffentlichung vorausgesetzt. Wir schreiben nicht für Honorar, sondern gegen die mediale Massenverblödung in Memoriam Peter Scholler Tour. Die Texte werden vom Verein Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V. dokumentiert. Link publikumskonferenz.de Querstrich Blog Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020